hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge echo so was wir heute machen ein wenig von der straße da wird sie dann verjüngt die straße dann werden wir schauen wie weit wir schon sind mit dem wir haben so viel erz und ich kann nicht mehr schmelzen wegen der umweltverschmutzung wir könnten natürlich noch so einen blast furnace irgendwo anders auf der welt hinstellen und dort einfach lustig weiter schmelzen aber ich glaube aber ich zu viel damit da ich kann ja so super so das schütten wir wieder auf da vorne haben wir dann ein schönes plateau was wir machen weiß ich noch nicht genau auf jeden fall ist es ein schönes plateau es wird dann auch zeit zu schauen was diese was diese zement dinger machen dazu gehen wir jetzt in den keller das ist so laut hier immer was benötigen die und was machen wir daraus acht stück asphalt ok und dabei die stahlbarren ok ok so wir machen einen test wir holen uns jetzt irgendwo steine holen wir uns denn steine holen wir uns denn steine oh nur steine aber wir wollen nur 16 das heißt 4 legen wir wieder zurück na ich bin gespannt ich bin gespannt und ich bin auch gespannt was das wird also ob das ob das was für kisten ist oder wieder für läger oder das wird dann echt müde oder hier wir wollen zwei davon order los geht's ja toll super wir brauchen das ohre ok ok da raucht es da raus und dort raus ja toll rauchvergiftung so wenn ich da jetzt reinschaue air pollution ja ist ein highlight fast weiß irgendwann bist du aber weiß so gut das war also keine so gute Idee ohne die Rohre sind hier Rohre nein sind hier Rohre nein verdammt ich hab keine Rohre mehr hier sind Rohre werden die reichen nein verdammt zumindest ist das jetzt mal leer legen die einmal hier am Boden hier haben wir sie gemacht ok collect ha für Kisten so und so und so so diese Kiste ist konkret alter konkret alter konkret alter so und diese Kiste ist voll konkret alt ist der super ähm das hier Storage mit Metall nichts mit dem Stockpail nicht naja wobei mit dem Stockpail könnten wir hier und hier voll konkret voll krass konkret so und noch ein Stockpail so dann haben wir den hier den knipsen wir an mit Stockpail Stockpail Nein Maschinenteile nicht aber mit konkret alter und voll konkret alter so Zementkühl super noch ein Stockpail ja so das heißt wir brauchen eine Abluft wir brauchen also mehr Rohre sind wir Rohre in Reserve natürlich nicht nein auch hier nicht hm so da produziert auch immer der Stahl wahnsinn wie langer Stahl hier drauf so was ist mit den Rohren Iron Pail wir machen einfach einmal 10 wir machen einfach einmal 10 da müssen wir raus das ist so laut da drin gut wir wissen jetzt wie man voll krass konkret macht was gut ist tschau dann da 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 warte Moment verdammt das ist der falsche Lagerplatz was ist mit diesem Lagerplatz was ist mit diesem Lagerplatz welch ist das öffne dich so so wie legen wir da her wir haben drei rausgenommen ich glaube das ist unsere hier wir werden es gleich wissen gleich werden wir es wissen so ich bin gespannt ob das wirklich der war da wir müssen ja irgendwann auch diesen Lagerplatz einmal mehr bekommen voll konkret krass alter ja das war er sehr gut so wir schauen uns einmal einmal zweimal da da haben wir herzen stahl wo waren die rohre es hängt schon wieder es hängt schon wieder krass konkret jetzt jetzt geht's wo sind die rohre so die rohre sind da hip hip hurra so die setzen wir da drauf genau so so und so das kommt hier noch her dann nehmen wir das hier raus und wir setzen es hier her das hier kommt hier her so und zwar würde ich sagen ich hoffe das funktioniert jetzt ich brauche den Wagen hier so du kommst mit ja da bin ich aber sehr aufgeregt so wohin kommen wir wohin kommen wir die Aufregung steigt die Aufregung steigt so wo sind wir da wo sind wir da sind wir unter dem Lager ich hoffe es ich hoffe es ist tatsächlich so na schauen wir mal ist das jetzt spannend so ich hoffe dass wir unter dem Lager sind wenn wir nicht unter dem Lager sind müssen wir da einen anderen Platz wenn wir aber unter dem Lager sind jetzt gebe ich das einmal weg ich stehe da drauf so hier kommt noch immer nicht rein den stehe ich hier her so jetzt gehts ist das nicht ist das das Lager hier unten so erst einmal die ganze Erde rausbringen die uns hier am Weg ist so und dann ich könnte natürlich da unten jetzt über ein stockpile kann ich nicht gehen nein das geht natürlich nicht so ich bin gespannt wenn das aber ein Lager ist dann ist das eins zwei drei dann brauchen wir nicht mehr viel okay wir machen es so 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 und eines noch weiter wenn das das Lager ist dann sind wir jetzt gleich draußen bei dem hier oder verrechne ich mich gerade oder ist die Wandung eins stärker die draußen liegende die die zum Meer hingeht ich glaube das ist noch eins weiter ja ja so ja ist das cool so dann werden wir mal die Umwelt hier vergasen und zwar Rohr Rohr haben wir jetzt genug Rohre nein ich glaube nämlich nicht weil wir brauchen eins eins zwei drei vier fünf sechs ich brauche mehr Rohre ich brauche mehr Rohre aber es geht sich super aus so verstehe ich und zwar nicht Copper Iron so was ich nämlich vorher habe ist ich möchte das ich möchte das abgas nicht im gleichen Float auspusten wie beim Firmas sondern ich möchte hinter der Fabrik auspusten also ich zeig das mal kurz das das irgendwo ja irgendwo hier ist ich glaube da ist das Loch so ungefähr ha schön 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 so die Pipes sind bald fertig hier haben wir schon welche so die nehmen wir gleich mit so die Pipes die Pipes so und zwar ist das die nein wir können das natürlich noch eins höher machen allerdings ist die Frage ja warum so und eins hier so dann bauen wir das noch ab hierher so bin ich aufgeregt super super so so das werden wir da alles runter kippen oder? ja irgendwann werden dann Forscher das finden und sich denken oh ah warum heckt denn da so viel Erde am Rand hm was war das war das eine fremde Zitur oder sie werden sich denken aha da hat jemand das Abgasrohr freigelegt so ach ich freue mich ich freue mich dann können wir konkret machen krass krass voll konkret alter so wir schauen mal ob das recht mitnehmen hier 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 so und zwar wieso ach ok 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 so da kommen wir jetzt zwar nicht raus aber so aber zumindest liegt mir das Rohr hier so gleich sehen wir es so das kommt hier drüben noch ins Meer super und wir sind genau unter dem Lager so Rohr 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 und ich weiß ja nicht wie viele wir brauchen aber da auf das stellen wir uns drauf so 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 und den hier auch noch das heißt die sind jetzt verbunden so so mit einer biegung nach oben mit einer biegung nach oben sehr gut so wir müssen uns wieder freischaufeln das war nicht so das problem ist so hier gleich zu machen hier auch hier auch und gut ist es so hier können wir auch noch herlegen weil wir brauchen nur leider kann man das nicht komplett verkleiden das geht nicht so aber das Rohr ist fertig und wenn wir dann krass konkret machen dampft das hinten alles raus bei der Fabrik und wir kriegen gerne raus Rauchgas Rauchgas Rauchgasvergiftung was super ist so voll krass konkret so gleich haben wir die ganze Erde wieder reingeschaufelt und dann ist das Loch auch zu ah jetzt haben wir auch eine Abluft für konkret machen das machen wir voll konkret alter so ja so das kommt hier drauf ein wenig Erde schaufeln noch und es ist erledigt es ist erledigt krass konkret so 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 jawolle ausgezeichnet ausgezeichnet so da oben zittert die Erde noch im Moment haben wir keine solchen äh diese Lagdinger was Gutes da haben wir voll den Konkretkeller ja man macht ja nichts auf jeden Fall braucht dieser Konkret das ist halt das andere Thema sehr 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 viel Stein und wir haben so viel Stein gar nicht wir haben Eisen ohne Ende Eisen also ohne Ende ist jetzt auch etwas übertrieben aber wir haben echt viel Eisen krass konkret das Rohr hier durch so und fertig Ziegelsteine eins zwei drei vier und fertig ist es super ich freue mich wenn wir hier her gehen jetzt hier her haben wir hier das Rohr ja so und ich möchte ja diese Schildkröter möchte ich essen so vielen Dank fürs dabei sein bis zum nächsten Mal danke tschüss